Z.B. unsere Beteiligung an der Friedestruppe in Konfliktgebieten. Haben wir Feldbewegung? Das ist nicht der Feld, es ist eine Bewegung, es ist nicht der Krasse, wenn er machen will. Dann ist es ja gut. Und was macht die andere Seite? Was sie alles machen, selber machen, wenn er nicht sagen will. Irgendwelche Veränderung im Dispositiv? Ist nicht, wenn er keine ist, ist nicht. Sehr gut. Dann fragen wir uns planmässig nach Operationsstufe Dunstschwalbe. Was ist dunstschwalbe? Abwarten, positional, Beine hochlagen. Mach Espresso. Genau. Soldatenknochen! Organisieren. Melde mich als neuer Partner für den Frieden. Ob der das schirrt zum neuen Frieden? Ja, der ist ja nun wohl im Ewa. Waschen, Zucker, waschen in Espresso, waschen. Wenn das im Tagesbefehl so vorgesehen ist, sage ich nicht nein. Gratzi. Ist das die Frühlingswiesentano? Nein, wir haben ja die EMD-Betriebe privatisiert in der Schweiz. Und dieses Ethnodesign kommt beim Konsumenten besonders gut an. Ah ja. Mamma mia. Nein, das ist für den Schwangerschaftsabbruch, glaube ich. Sie müssen das da nehmen. Nehmen Sie das da. Wie soll ich jetzt meinen friedensmässigen Einsatz gestalten? Beobachten Sie mal die Seite. Pacht noch. Die schruberschnappe Schweizer. Kriegstauglich war er ja noch nie, der Schweizer. Und friedensstauglich auch nicht. Truppe von Knuchel, antworten. Truppe von Knuchel, antworten. Truppe von Knuchel, antworten. What is them? Verstanden. Knuchel von Truppe, verstand, antworten. Verstanden. Antworten. Hier, Knuchel. Mamma, Katastrophe! Swissmade! Ja, das ist die Haubitzensplitter MX-Metalisee. Töne. Noch fliehen die etwas kurz. Diese unterentwickelten Exportländer sollten halt die Gebrauchsanweisung besser studieren. Auch ein bisschen, machen Flacken drücken. Ich bin mal gespannt, wie die Gegenseiter reagieren. Es wird aber richtig gejodelter. Das ist unsere P57 Turbo. Gibt es auch mit Airbag und Seitenaufdauerschutz. So. Aber warten Sie nur, wie unsere neue S-Klasse eingeschlagen wird. Das wird ein Exportschlager. Mach eine grosse Bumba-Bumba. Eine super Bumba. Mein 2%-Konto ab 1'000 Stückchen vermengt. Schön, dass endlich auch die Schweiz ihren Beitrag für den Frieden leistet. ... Ja. Ja.